Einen wunderschönen guten Morgen. Viele Abentwickler, die waren diesen Sommer fleißig. Zum Start von iOS 17, da haben sie uns überschüttet mit interaktiven Widgets. Erstmals zeigen Widgets auf dem Homescreen nicht mehr nur Informationen an, sondern haben Knöpfe und Schalter. Knöpfe und Schalter, die funktionieren, ohne die dahinterstehende App tatsächlich öffnen zu müssen.